Fünf Jahre arbeiten und 1.866 Euro Pension erhalten. Gibt es das wirklich? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Diskussion um die Bürgerversicherung in der gesetzlichen Rente hat Fahrt aufgenommen. Seitdem wir die Koalitionsverhandlungen haben für die sogenannte Ampelregierung, geht es ja auch eventuell um die Frage, ob es eine Bürgerversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung geben wird. Gefordert wird unter anderem, dass Beamte auch in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Ein Gebot der Gerechtigkeit, so eine der Gründe für eine Einbeziehung der Beamten in die gesetzliche Rentenversicherungspflicht. Wie ungerechtfertigt Pensionsansprüche von Beamten sein können, zeigt mein kleines, einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, eine Arbeitnehmerin und ein Arbeitnehmer arbeitet 45 Jahre bei durchschnittlichem Einkommen. Ohne Berufsausbildungszeiten, ohne irgendwelche Lücken, ohne Arbeitslosengeld, Krankengeld und so weiter. 45 Jahre durchgearbeitet bei durchschnittlichem Einkommen. Dann würde dieser Versicherte oder diese Versicherte nach aktueller Rechtslage eine Regelaltersrente in Höhe von 1538 Euro monatlich brutto erhalten. Ich habe also nichts weiter als 45 Jahre gleichgesetzt mit 45 Entgeltpunkten und habe diesen Betrag mit dem Rentenwert 34,19 multipliziert. Ergibt 1538 Euro Rente. Hingegen ein Beamter schon nach fünf Jahren mit vergleichbarer Tätigkeit einen amtsunabhängigen Pensionsanspruch von 1866 Euro hat. Monatlich wohlgemerkt. Dieser amtsunabhängige Pensionsanspruch gilt für Bundes- und für Landesbeamte mit eventuellem Pensionsbeginn im Jahr 2021. Eigentlich müsste sich ja die Höhe der tatsächlichen Pension des Beamten nach dessen Dienstjahren richten. Wenn aber diese Jahre und gegebenenfalls Zurechnungszeiten den Mindestpensionsanspruch nicht erreichen, gilt dann diese sogenannte amtsunabhängige Mindestpension von 1866 Euro. Sie müssen als normaler rentenversicherungspflichtiger Arbeitnehmer 40 oder mehr Jahre arbeiten, um annähernd den Mindestpensionsanspruch eines Beamten zu erreichen. Alle Menschen in Deutschland, ob Beamte, Politiker, Selbstständige, Rechtsanwälte, Arbeitnehmer, sollten in die Rentenkasse einzahlen. Warum Beamte nach nur fünf Jahren Arbeit einen Pensionsanspruch von 1866 Euro haben, ist nicht mehr vermittelbar. Ich sage, das ist ungerecht und unsozial. Beamte müssen in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.